Hier präsentieren wir die 5 besten Babelfones Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. NOOC Video Babelfone Echo Control Plus Video. Dieses Kind-Monitor von NOOC unterscheidet sich von früher vorgestellten untergeordneten Monitore durch den extra großen Monitor in das übergeordnete Element. Darüber hinaus hat die NOOC Babelfone eine automatisierte Nachtvision-Funktion, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Kind gut im Dunkeln sehen können. Die elektronische FHSS moderne Technik macht bestimmte störungsfreie Signalübertragung auf seine eigene, abhörsichere Kanal. Die Audiotop-Qualität von der Babelfone ist groß und klar. Der äußere Bereich ist 300 Meter, drinnen ist es 50 mm im Innenbereich. Wenn das AI überschritten wird, schlägt eine LED-Licht-Signal. Nummer 4. Philipsen. Philips Avent Video Babelfone SCD 620-26 Dieser Philips Avent Baby-Bildschirm ist ein Videoclip-Baby-Monitor mit einem 6,9 cm Schattenbildschirm auf der Eltern-Empfänger-Abschnitt. Die Ansicht schaltet sofort auf Tag- oder Nacht-Modus-Anblick. Dieser Videoclip-Baby-Monitor fördert auch wenn es geht um äußere Vielfalt. Der Bildschirm bis 300 Meter fährt. Innen, steigt der Säuglinge-Bildschirm auf 50 Meter. Die Mitte und Fahrt der Avent Baby-Bildschirm hat eine Akkulaufzeit von 10 Stunden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer List Nummer 3. Philips Avent SCD 560-00 Audio Babelfone. Philips Avent Baby-Bildschirm vorne steht für eine lange Reihe im Freien, 330 Meter. Innen hat der Säuglinge-Bildschirm eine Reihe von 50 Metern. Die Kind-Monitor-Kollektion besteht aus dem Säuglinggerät, das Ellengerät, ein Nackenband, Ladekabel-TV sowie die erforderlichen Batterien. Darüber hinaus die Baby-Bildschirm-Warnungen der Batteriegrad und mehr als das AI. So ist die Sicherheit des Kindes ständig zur Verfügung gestellt. In Bezug auf Kosten ist das Philips Avent Baby-Fone unter den mittleren Preissegment-Stools. Nummer 2. Motorola MBP8 Babelfone Das Motorola Babelfone ist ein vertrauenswürdiger Kind-Tracking-Gerät. Jeder Ton wird gefunden, in dem das hochempfindliche Mikrofon, höchste Klangqualität ist groß. Sender und Empfänger des Kindes-Displays kommunizieren drahtlos und in geschlossenen Räumen ca. 50 Meter. Beide Geräte sind in die Steckdose in den entsprechenden Raum verbunden. Dank Deck-Technologie und auch Signalverschlüsselung ist das Motorola Babelfone abhören und auch Störungen geschützt. Das heißt, weil das Babelfone von Motorola nur mit der Steckdose funktioniert, es nicht geeignet für Einsatz im Freien ist es sei denn, Sie haben dort eine Steckdose sowie das AI ist ausreichend. Und die Nummer 1 unserer Liste. Philips Avent ist CD501-00 Audio Babelfone. Der Philips Avent Baby Monitor ist eine einfache Baby-Bildschirm mit einem sicheren und problemlosen Link dank moderner Deck-Technologie. Die Outbedo-Sorte hängt von 300 Meter, innerhalb des AI ist etwa 50 Meter. Das Philips Avent Baby Display mit einem Nachtlicht ausgerichtet ist, die Ihr Kind etwas Licht in der Nacht, sowie den Bereich bietet scheint eher nicht zu dunkeln. 5 LED-Anzeigen zeigen optisch die übertragenen Geräuschbegel, auch wenn der Säuglinge-Monitor zum Schweigen gebracht wird. Daher wird die Überwachung auch und Sicherheit von der Brut angeboten. Der Smart-Eco-Modus garantiert eine minimale Akkulaufzeit für eine lange Lebensdauer der Batterie. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.